Warte? Ja, he he. Ah, hier, ok. Buuuuh! Buuuuh! Nuuk! Ja, lass mal zum Satelliten hingehen. Ne, 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 lass erstmal hier. Die Schalter erstmal, komm erstmal zum ersten mit am besten. Ach, wo war ein Stammon ab hier dann? Wo war denn das? Ähm, da wo der Teleport ist. Ok. Ist der einzige Zombie hier, oder was? Ich glaub schon. Eins. Wo war neiner? Zwei und drei sind wir dahinten. Ja, ist da ne Eins daneben, oder was? Naja, da war so ein Strich daneben. Ach so. Hoppala. Ach man. Oh, ich will meistens nemmen ab. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr übelst großartig kaufen müssen, außer das Ende. Ähm. Alter, wie schnell ich bin. So, zwei war hier lang. Und drei ist dann hier unten. Opsala. Was ist mit vier? Hier. Gibt's glaube ich... Wo waren der jetzt? Hier... Ah, hier dran. Ähm. Geh an! Ich bin... sicher, dass hier nicht noch einer ist? Nein. Really, really sicher? Really, really. Ich hab ja den Teleporter jetzt irgendwie ein bisschen aktiviert oder so. Ja, kann man mal gucken. Wie schnell man ist! Ist ja unnormal. mal. Guten Tag. Ja, ist offen. Ja, ist offen. Ja, ist offen. Was sagt jetzt wieder nur umsonst? Ja, ich hätte gesagt, hier geht auch nach. Oh, ney. Na, sag euch. Sag euch. Geil. 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 Bei 100.000 hätt ich's vielleicht verstanden. Bei 200.000 sowieso. Aber... Al... Also, bitte. Hier, 50k. Ist ja mal nischt. Nischt. Ah, ich hoffe, ich war zuerst ein Kicker, Ralf. So, wo... wo trainen wir? Ähm... Hier am besten. Man kann bestimmt hier gut. Ja gut, wir müssen eigentlich nur von vorne sprayen, ne? Der PPSH ist ja nicht weit weg. Okay, dann... Geh ich mal zu den Crawlern hoch. Und zwar bei dem sagen. Doch, noch mehr. Linke Seite kommt da einer. Muss nach oben gehen und dann... Genau. Woll. Da sind wir gejumpt. Oder wartest du noch kurz? Dann geh ich schnell auf Toilette. Ja, warte. Wo ist ne Crawler? Ich hör nen, aber der ist nicht hier oben. Ist schon runtergejumpt? Oh, der ist schon unten. Warte. Ja, da läuft er. Tschüssi kleinen Karschmasker hast du. Jo, dann komm, äh... er dann geh. Okay. So, da er jetzt kurz weg ist, äh... LOL! Wie wird's verschmutzt. Wie geil das ausschaut. Wie geil das ausschaut. Ähm, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map hier findet. Schräg schräg fandet. Vielleicht habt ihr das ja selber schon vorher gespielt. Also ich finde die... Es ist jetzt die... Vom Aussehen her die beste Map vom East Egg. Hm, ja... Gut, sag ich jetzt mal. Aber jetzt nicht so wirklich awesome. Äh, hab ich schon mal besser gespielt. Ähm, aber sonst so vom Aussehen her sieht die schon richtig richtig geil aus. Äh, viel Detail auch. Ähm, gut, für zwei Spieler vielleicht ein bisschen zu groß. Und das ewige Besuche, wenn man mal nicht findet. Ähm, aber sonst finde ich's eigentlich schon... Gut, soviel muss man ja nicht suchen. 1M ran. Und dann Stromkabel an und dann 1, 2, 3. Das war's ja schon. Aber muss man ja erstmal finden, ne? Äh, ja, schreibt's einfach mal in die Kommentare wie ihr's findet. Also ich find's, äh, geil. Könnte East Egg noch ein bisschen, äh, besser sein. Und dann wär's eigentlich mit... Einer der besten Hubs eigentlich schon. Ach, die sind auch mal in der FG. Okay. Ja, das ist auch nicht recht. Die Skimm sehen auch geil aus. Könnt ihr mal suchen, dass der Zombie Rise angreift. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber ich glaub... Ich will's eigentlich nicht riskieren. Oh, ich komm wieder. Dann können wir's auch riskieren. Dein Ernst? Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Hat Wallback gemacht, Mann. Äh. Der hat, der, der hat ne verrostete Gasmaske. Äh, ja. Na gut, ich seh's ja, verschmutzt an. Äh, ich zieh auch hier aus. Oh, wufft sich Chaos im Game. Was ist denn die Waffe jetzt hier? Box. Box! Willst du sparen, oder? Wir sprayen einfach ein. Wir sind gleich auf. Wer halt erst da ist. Oh, ich muss nachladen. Ich glaube, bei der Typ noch 90 ein bisschen. Oh, Alter. Ich war grad am trinken. Das Wölk halt mit rein. Hey, was? Was? Ich musste grad nachladen. Drei Hits. Ich glaub, hier... Ich muss nachladen. Oh Mann, ich muss drei Hits. Oh, wieso hält er mich so fest? Ach, ich hab keine Affen mehr. Nicht? Oh. Hol max ammo, dann hast du wieder Affen, oder? Oder bist du gestorben? Nee, ich bin doch gestorben. Ach so. Ich will nicht trainen draußen. Oder hier. Oh. Oh, der Nuke. Schnell! Heil mich! Ich bitte nicht wegpushen, Thomas. Ich bitte nicht weg... Oh, nice, nice. Ich nehm's. Ah, fuck. Äh... Ich renne jetzt... Ich versuche jetzt nicht zu check zu rennen. Oh, Alter. Ich war bestimmt kurz vor dem sterben. Toramo. Hallo? Oh nein. Wie man einfach mal nichts zieht mit der Waffe, also im Multiplayer würde ich die nie spielen. Hol ihn nachher am besten ist ein Speed Forwarder und Quick Forwarder. Sein Bein. ich glaube wir sollten außen stehen und nicht hier drinnen versuche mal zu check zu kommen oder auch nicht das drinstehen oder draußen stehen ist cool gut die die runter springen die packen glaube ich auch ein bisschen rein ja die packen manchmal rein ich habe zwei schläge bekommen ich war nicht mal rot oh wir sind wieder bei hier er drückt du mal drück du mal hier gab ihm schon gedrückt geht nicht oder geht nicht nur warten müssen ich glaube die zombies müssen hierhin naja wir sehen wir es komm du mal her mit dem zombie aber dumm ok stinkt hart nach magie geschützt das geht einfach nicht aber wir müssen es auch noch irgendwie reparieren ob du da oben zeigst was hier rumliegt ja da müssen grafikkarten drin ok ja ja was was Diese scheiß 3-Head-Jug, Mann. Bei den Hunden hält man wenigstens noch 4 aus. Willst du den Jugger holen? Das stimmt was er da hinten. Ich bin immer in der Juggernaug. Das ist einfach übelst auf Endgame gehen. Da, die kommen jetzt vor den Eingang. Oh, hinter uns Hund. Vorne uns auch. Das Problem ist, hat man Browning und muss so lange nachladen. Ja dann geh du am Fenster halt. Wenn ein Kenner kommt, dann kannst du ja mit rein springen. Links. Ich hab gleich keine Munition mehr für TPP. Ich hab Monkey, dann kann ich wegwerben. Mhm. Was soll ich machen? Mhm, mhm, mhm. Ah, jetzt kriegen wir schon die Ports. Einen Nuke. Nee. Das hast du... Das ist Browning mit Sound, Alter. Ich weiß immer nicht was da wie eine Puff ist. Typ, ey. Ah. Und Köter. Ah. Nice. Ich glaub ja ich keine Munition mehr für die EMG. Äh, hinter dir und. Lol. Warum hält der so viel aus immer? Ohne Spaß. Das wollte Köter nicht. Äh, der scheiß Zombie nicht machen. Ich hau mir das Browning schon übelst rein. Hinter dir. Renn weg. Hinter dir, renn weg. Ah. Ich kann kotzen, ey. Das ist ein ganz großes Minus bei dieser Map. Ich hänge. Oh, ein... Oh, fuck. Ich krieg einen Schlag, dann krieg ich noch einen Schlag. Bin sofort down. So, hoffentlich sind wir jetzt hier. Mein letztes Mal versucht. Ich hab dann zu können, dass wir auf dieser Map. Sie ist zwar geil, aber einfach nur das Jugger noch regt mich auf. Hätten es wenigstens wollen, die Discretion zu packen sollen. Ob es Absicht ist, es re-hitchakt oder nicht. Ah. Naja. Aua. WIW hier mal die beste Waffe. Typ 99. Wollt ihr eigentlich die Monitor bekommen? Ja. Äh, nää. Oh ne, ich hab mir nicht sogar gekauft wie die Waffe, das ist schon gut Willst du den Kill nehmen oder nicht? Ja, nehm Insta-Kill Bring it on, Freakbags! Bam bam, Headshot, Headshot! Hey, du machst immer nur Headshots Oh What the fuck Ich hab halt den, ich hab halt das Aim, ja Genau Aim-Bot, meinst du? Oh Junge Aber das sind alle Ist okay Alter Erdinfarkt Da geht's Kannst du da schnell einen Piep hinmachen, für die Aufnahme Hm Ich glaub das ist in der Aufnahme ganz schön laut Ja, könnte sein Ja Ja Direkt Ah, ich hab vielleicht keine Munition mehr, ne? Ich glaub vielleicht nicht mehr, ich geh schon mal 100 PSH, aber langsam Du kannst auch Munition an der Wand holen Du kannst auch Munition an der Wand holen, das war teurer aber Ich hab keine Munition mehr Jetzt schon Oh 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 Alter, meine Mutter ist verrückt, man Welche Mutter ist schon nicht verrückt? Die normalen Mutter Frag doch mal die Mütter Mach ich am Muttertag Moti Moti, bist du normal oder unnormal? Null Hast du schon die Hälfte, Roy? Fast Genau Was ist denn die Hälfte von 5? Ah 2,7 1,8 3,4 1,2 1,2 1,2 2,5 2,4 holt das haben wir hier gibt es ein glitsch für die zombie hunde ich glaube der ist genauso gut wie der auf kino der toten das kann man nicht als glitsch ansehen kann man als spot ansehen ich habe keine munition mehr hilfe brauchst du nicht versteckt immer beides andere seite kommen auch noch welche die gleiche herum gespackt lasse ich packen wenn sie will auch scheiße runtergesprungen noch eine andere waffe ja und die fg 42 wo unten in diesem halbkreis hier oder kreis dahinten an der wand durch hier hat man eigentlich eine elektro volle innen beharrt zahm spackt schon wieder an zum hier rum lol das ist eine unsichtbare wand oder was Oh, da kommen ein paar viele Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ne? Oh, scheiß Crowder, Alter Sorry Diesmal wollte ich dich auch noch mit nerven Und Da trifft mich gar nichts Da kommt ein Zombie, Hund Zu dir Oh, was? Oh!